Wie war das nochmal, als ihr gewettet habt, ob Champ den Bierkrug mit Waschmittel austrinkt? Er hat's schneller getrunken, als du sagen konntest du's nicht, dann könntest du ja auch gleich Gift trinken. Hallo, ich lag sechs Monate im Koma und sie haben gesagt, wegen der neurologischen Schäden werde ich auf keinen Fall älter als 55. Dann hast du ja noch drei Jahre vor dir, mein Freund. Du musst drauf gehen! Ron, ich kann nicht! Ron, ich kann nicht aufhören zu lachen! Steck ihm Bleistift in den Mund. Ist schon okay.